herzlich willkommen bei my life is colorful mein name ist katja und ich freue mich wenn du auf uns wenn du uns auf unserer himmelfahrt tour von ratzeburg nach lübeck begleitest bis gleich tschüss hallo tino schön dass du heute mit dabei bist wir wünschen uns viel spaß und dir beim zuschauen tschüss eine kleine oase um sich zu entspannen wir sind jetzt auf dem trägerweg richtung lübeck eine sehr schöne strecke und die ersten kirchen hängen hinter dir am baum dran das ist ja abgefahren ja tino schön dass du dich heute bereit erklärt hast mit mir die tour zu machen ich danke dir ganz herzlich und wir genießen das jetzt einfach mal und wünschen dir einen schönen vater und herrntag nachträglich alles gute und 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 So, wir kürzen gerade ab und nehmen den Zug zurück, weil wir sonst bei 60 Kilometer gelandet wären. So, bis zum nächsten Mal. Tschü tschü! So, bis zum nächsten Mal.